Hallo, hier ist Matthias von psd-tutorials.de. Ich möchte hier mal ein etwas anderes Video präsentieren und zwar würde es kein klassisches Videotraining sein in Tutorial-Form, bei dem ich Schritt für Schritt zeige, wie man einen Effekt von A bis Z erstellt, sondern ich war Ende September bei einem Vortrag, den ich gehalten habe, hier in Waren an der Müritz beim Lions Club. Dieser Vortrag wurde gehalten vor vielen Unternehmern und für diejenigen unter euch, die es noch nicht wissen, hinter psd-tutorials steckt ja die Agentur FIAC Media und die FIAC Media ist auch ganz klassisch im Kundenauftrag tätig, das heißt, wenn jemand eine Website möchte, eine Portal- oder Shop-Umsetzung, auch dann wären wir tätig und dadurch wurden wir von einer unserer Kundinnen eingeladen, die auch Lions Mitglied ist, dass ich dort doch einen Vortrag zum Thema Social Media halten soll, um das den Mitgliedern einmal vorzustellen. Mein Vortrag heißt 10 Dinge, die in diesem Fall euch bei Social Media neu sind. Nummer 7 wird euch dabei richtig überraschen. Ja, das ist jetzt ein großes Versprechen und die meisten werden sagen, na, mal gucken, was kommt, aber jetzt wüsste ich doch ganz gerne, was ist Nummer 7. Andere von euch denken, oh mein Gott, jetzt nutze auch diese blöden Headlines, die ich doch schon so sehr kenne von Heftig. Und das war auch mein Einstieg in meinen Vortrag. Ich wollte kurz die Erfolgsgeschichte skizzieren von Heftig und zwar hat Heftig es geschafft, seit Jahresanfang, also seit knapp einem Jahr, mit solchen Überschriften so einen großen Anreiz zum Klick zu schaffen, dass die mittlerweile über eine Million Fans haben. Hier sieht man es, das sind die 27 peinlichsten Babyfotos, die musst du sehen. Nummer 3, oh mein Gott, was ist jetzt Nummer 3? Oder ganz unten, 14 Speisen, die wahre Sturmfluten in den Mund laufen lassen. Nummer 2 gibt es bei mir jetzt jeden Abend. Ja, was ist nun Nummer 2? Pizza, Döner, keine Ahnung. Ich klicke drauf und werde wieder unterhalten. Von der Seite Heftig. Und so haben die es in der Tat geschafft, auf über eine Million Fans zu kommen. Ja, das ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, die aber nicht so einfach reproduzierbar ist für die meisten. Ich möchte mal einen Ausdruck zeigen, einen Beitrag von uns. Achtet mal bitte auf die Zahl hier unten. 34.000 Personen haben wir mit diesem Beitrag erreicht. Das war eine Parodie von Ikea. Die haben den neuen Produktkatalog vorgestellt. Und Ikea hat das Ganze so aufgezogen wie eine typische Apple-Werbung. Kam super an, sensationell, 1600 Shares, also 1600 Mal vor dieser Beitrag geteilt. Mittlerweile müssten wir auch schon bei 500 gefällt mir sein und dutzende Kommentare. Also worauf kommt es an, wenn man Beiträge bringt? Erstmal auf eine schöne Überschrift, die so ein bisschen den Anreiz zum Klicken schafft. Aber was sich gut macht, sind auch Videos, Bilder, Bildgeüberstellungen. Also im Restaurantbereich oder im Bäckereibereich kann man beispielsweise sagen, ja, Berliner oder Streuselschnecke, was schmeckt euch besser? Denn schafft man so einen gewissen Anreiz, dass die Leute auch interagieren miteinander. Das war jetzt ein sensationell guter Beitrag von uns. Und wir haben eine Facebook-Seite von knapp 28.000 Fans. Ein Standardbeitrag bei uns sieht aber so aus. Das ist ein Inhalt von Irina Beck von Lighting Colors. Und das ist ein sehr schöner Inhalt. Also der Inhalt ist wirklich hochwertig. Und der zeigt, wie man solche Kinderbuch-Illustrationen in Photoshop umsetzt. Wir haben dort gerade mal 1300 Leute erreicht und 15 Leute, denen das gefällt. Und das ist bei uns Standard. Das heißt, wenn man halt keine Personenmarke, keine Einzelmarke oder kein lokales Geschäft hat, womit sich die Leute eher identifizieren, sondern im gesamtdeutschsprachigen Raum rumwildert, dann ist es doch etwas schwieriger, Beiträge zu publizieren, die auch ordentlich zünden. Weil dieser Inhalt ist wirklich gut. Das ist kein Ramsch, das ist ein richtig toller Inhalt. Aber wir haben gerade mal 1300 Leute damit erreicht. Warum ist das so? Warum erreichen wir nicht alle 28.000 Fans, die wir haben? Das liegt daran, je erfolgreicher eine Facebook-Seite ist, desto eher wird Facebook die Reichweite beschneiden. Weil Facebook möchte, dass wir Geld dafür bezahlen. Facebook sagt, komm, PSD, möchtest du alle 28.000 Fans erreichen? Musst du halt 80 Euro ausgeben. Ich weiß nicht, ob es 80 sind. Vielleicht sind es nur 50, vielleicht sind es auch 100. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber in diesem Bereich müsste es sich bewegen. Bei dem anderen Beitrag habe ich allerdings 34.000 erreicht. Das kommt daher, wenn ein Beitrag gleich zündet, also einen gewissen viralen Effekt hat, sehr schnell Kommentare erhält, sehr schnell gefällt mir und sehr schnell Teilungen erhält, dann wird dieser Beitrag höher gewichtet und mehr ausgestrahlt von Facebook. Also Facebook erkennt virale Beiträge und schiebt diese an die gesamte Reichweite aus. Aber der Standard sind leider eher diese Beiträge. Und daher habe ich mir gedacht, soll ich nun die ganze Zeit über Facebook reden, weil die meisten, die Social Media hören, assoziieren das sofort mit Facebook. Die Zielgruppe dieses Vortrags sind Unternehmen im lokalen Bereich, also die halt im lokalen Wettbewerb stehen und um Kunden buhlen, aber die nicht in ganz Deutschland aktiv sind. Also man muss sich vorstellen, das ist Meier, Müller, Schulze, von nebenan, Outdoor House, XY etc. Für diejenigen ist genau dieser Vortrag. Und da habe ich mir gedacht, was soll ich nun präsentieren, womit habe ich den höchsten Nutzen? Und da dachte ich, es ist doch optimal, wenn ich Social Media an die Ziele ausrichte, die jedes Unternehmen im Grunde hat in diesem Bereich. Und welches ist das oberste Ziel? Ich weiß es ja gar nicht, wer jetzt hier zuhört, zuschaut, was sind eure Ziele, eure genauen Ziele? Aber ich weiß, ein Ziel teilen wir alle, wir wollen Geld verdienen. Und daher dachte ich mir, präsentiere ich euch einfach mal ein paar Sachen, womit ihr mehr Besucher erreicht, auch unter dem Zeichen Social Media, also dass wir von Nutzerverhalten, Nutzerinteraktion sprechen und wie wir das einbinden und für unsere Zwecke nutzen. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Der hat noch nicht ganz so viel mit Social Media zu tun, mit sozialen Netzwerken, aber doch mit Nutzerverhalten. Meine Empfehlung ist, bindet eure Besucher und zwar nicht auf eurer Facebook-Seite, sondern auf eurer eigenen Seite. Als Beispiel habe ich mal hier eines unserer Kundenprojekte genommen, Wir sind Müritzer. Wir sind Müritzer ist ein hyperlokales Portal, das so ein bisschen atypisch entstanden ist. Unsere Kundin hat auf Facebook begonnen, Informationen zu publizieren und hat mittlerweile 13.000 Fans. Das ist für diesen regionalen Raum hier oben in Mecklenburg-Vorpommern an der Müritz sehr viel. Aber stückweise beginnt sie jetzt, diese Fans zu aktivieren für ihre Website, für das Portal, das wir entwickelt haben. Und das schafft sie, indem sie einen sehr gepflegten Terminkalender drin hat, indem sie Kleinanzeigen publiziert, indem sie Jobangebote einstellt und alles auf die Website. Sie versucht also stückweise, die Leute auf ihre Website zu binden. Und das kann jedes Unternehmen im Grunde machen, indem es einfach aktuelle Unternehmensinformationen, Pressemitteilung etc. in einem Unternehmensblog veröffentlicht. Und wenn man schon solche Meldungen in einen Unternehmensblog bringt, es gibt ja im Grunde immer was zu erzählen. Es sind manchmal diese kleinen Geschichten, Neue Azubi ist da, man wurde prämiert, man hat irgendeine Zertifizierung gewonnen, man hat ein neues Produkt. Es bringt es einfach, wenn man diese Sachen auch transparent macht auf der Website. Google mag das und Google wird so über die Suchmaschine auch wieder neue Besucher auf die Website spüren. Und wenn ich dann noch ein paar Goodies anbiete, zum Beispiel Gutscheincodes, die beispielsweise nur als Download auf der Website zur Verfügung stehen, dann schaffe ich es auch regelmäßig einen Anreiz für die Besucher zu erstellen, um diese auf meine Website zu führen. Zum Beispiel auch der Serengeti-Park in Hodenhagen macht das sehr gut. Dort gibt es eine Freikarte zum Download. Und jedes Mal, wenn wir zum Eide-Park fahren, dann fahren wir auch nochmal ran zum Serengeti-Park und holen uns vorher dort diese Freikarte. Wenn man nun schon Unternehmensdaten publiziert auf einem eigenen Blog, dann kann man natürlich auch seine sozialen Netze damit bestücken. Wir nutzen da bei uns das Online-Tool Buffer, also unter bufferapp.com ist das erhältlich und ich kann dort gleich mit einem Beitrag, den ich in Buffer einfüge, gleich drei soziale Netze bedienen. Also wir nutzen Buffer für Facebook und für Google+, aber ich könnte auch bei allen Beiträgen, die unter 140 Zeichen sind, Twitter mit bedienen. Und das heißt, man muss sich immer überlegen bei Facebook, Facebook macht viel Arbeit und man braucht Zeit, Energie und damit auch Geld, um das zu pflegen. Ob es nicht effektiver ist, einfach einmal die Sachen zu pflegen und diese dann in mehrere Kanäle gleich reinzupacken. Und das gelingt uns mit Buffer sehr gut. Vor allen Dingen können wir in der kostenfreien Variante bis zu zehn Beiträge auch zeitlich takten. Das heißt, ich takte dann immer vor, je nachdem wie wir unsere Inhalte im Portal freischalten und sage, morgen ist dann dieser Beitrag dran, übermorgen ist dieser Beitrag dran und ich kann ein Bild zuordnen, einen Link und auch einen kleinen Beschreibungstext. Und diesen kann ich auch individuell anpassen für unsere Facebook- oder Google-Plus-Nutzer. Das heißt, kleine Empfehlung. Eine weitere Möglichkeit für auch lokale Unternehmen ist es, die Besucher mit einem Newsletter zu binden. Reine Online-Unternehmen, wie wir das beispielsweise sind, können die Besucher nur online abholen und online dazu aktivieren, einen Newsletter zu abonnieren. Bei den lokalen Unternehmen, nehmen wir mal ein Autohaus, hat man ja noch eine ganz andere Möglichkeit. Man hat die Leute im Geschäft, also am Point of Sale. Und wäre ich jetzt ein Autohausbesitzer, würde ich versuchen, meinen Kunden die Newsletter-Abo schafft, schmackhaft zu machen. Wie könnte das gelingen? Beispielsweise könnte ich jedem einen Gutscheincode über 10% einräumen für den nächsten Reifenwechsel. Mit einem Reifenwechsel verdient, glaube ich, ein Autohaus eh nicht so viel, aber das ist eine ganz gute Möglichkeit, die erstmal in den Verteiler reinzubekommen. Und wenn man das zwei, drei Jahre macht und so seine Stammkunden schon mal drin hat, dann kann man diese auch immer wieder beackern. Jetzt sind gerade Lichttestwochen im Oktober, im November ist der Reifenwechsel dran, im Frühjahr ist der Reifenwechsel dran, dann kann man zur Hauptuntersuchung auch zeitgesteuerte E-Mails rausschicken, die über das Newsletter-Modul getaktet sind. Also ich könnte dort auch Daten hinterlegen und sagen, wann sollen denn die Newsletter rausgehen? Nicht an alle, sondern an Einzelpersonen. Das ist alles heute technisch gesehen möglich. Und das sollte ich mir zunutze machen, bevor ich jedes Mal an die Zeitungen, an Online-Portale Geld ausgebe für Werbung, sollte ich doch versuchen, einen großen Verteiler aufzubauen. Und was ist noch möglich? Habe ich schon mal diesen Verteiler als Autohaus? Dann könnte ich diesen auch sagen, wir stellen ein zum September. Drei Artubis. Dann habt ihr Söhne, habt ihr Neffen, habt ihr Bekannte, die bei uns im Profil passen. Hier findet ihr unser Jobangebot. Vielleicht erreiche ich damit auch potenzielle Auszubildende und spare mir so wieder ein paar hundert Euro für die Stellenanzeige in der regionalen Tageszeitung. Das ist mal das Tipp. Bindet eure Besucher und zwar möglichst auf der eigenen Website. Mein nächster Tipp ist, seid besser sichtbar ohne Kosten. Ich schreibe hier ohne Kosten, denn ich kann mir gut vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Unternehmen auch schon mal eine Marketingagentur angerufen hat, hat gesagt, wir sind Experten in der Suchmaschinenoptimierung und wir bringen euch in Google ganz da oben. Das gelingt uns über Google AdWords, also Google Anzeigen, oder durch eine ausgefeilte Optimierung eurer Website. Ich meine gar nicht in diesem Fall die organischen Google Suchergebnisse, sondern die lokalen Ergebnisse. Und ich zeige euch mal gleich, was ich meine. Aber vorher kehren wir nochmal zurück zu Facebook. Und zwar habe ich hier ein Screenshot vom Autohaus Kühne bei uns im Waren. Autohaus Kühne hat jetzt schon fast 900, hat Fans, das ist, denke ich, ganz ordentlich für ein Autohaus, das halt nur in Waren existent ist. Und die haben auch öffentliche Bewertungen aktiviert. Und Autohaus Kühne hat 17 Bewertungen. Das ist auch ganz ordentlich. Drei davon sind negativ, 13 sind positiv, also die Mischung macht es. Es gibt immer ein paar, glaube ich, die unzufrieden sind. Das kennt man ja auch von Amazon-Bewertungen, wenn ich mir einen Fernseher kaufen will. 15 sind positiv, 3 sind negativ. Das ist halt eine normale Mischung. Und mit 4,1 hat Autohaus Kühne, glaube ich, von der Bewertung her, einen ganz guten Stand sicher erarbeitet. Was meine ich jetzt aber? Wenn ich als Tourist nach Waren komme, Waren ist sehr attraktiv für Touristen, von Touristen quasi überlaufen, oder ich bin ein Neu-Hinzugesogener und meine Motorkontrollleuchte leuchtet, dann suche ich mir ein Autohaus, eine Werkstatt. Ich würde aber niemals im Leben bei Facebook nach einem Autohaus suchen. Niemals. Das käme für mich gar nicht in Frage. Wo gucke ich? Ich gucke natürlich auf Google und gebe ein, Autohaus Waren Müritz. Wenn ich jetzt hier mal gucke, dann sehe ich hier die lokalen Suchergebnisse. Das sind diese unter diesem Strich. Das ist jetzt auf dem Desktop ab dem vierten Beitrag, dass dort die lokalen Ergebnisse angezeigt werden. Auf meiner mobilen Variante auf dem Smartphone fangen die lokalen Ergebnisse schon hier ab dem zweiten Beitrag an. Das zeigt, die lokalen Ergebnisse, die werden immer sehr prominent platziert. Und dadurch, dass die auch mit der Google Maps verknüpft sind, werden diese auch häufig geklickt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese noch eher als diese organischen Suchergebnisse zwei und drei geklickt werden. Nummer eins? Doch. Nummer eins hat halt den Platz in der Sonne. Aber auch dieser Platz ist auch gar nicht schlecht. Doch wo ist jetzt das Autohaus Kühne, das ja auf Facebook einen sehr guten Job bisher gemacht hat? Das ist hier gar nicht. Das ist natürlich schade. Ich möchte mal ein anderes Beispiel bringen. Die Bäckerei Hamburg. Wenn ich nach einer Bäckerei in Hamburg suche, dann finde ich hier in dem Branchenbuch 430 Einträge. Also so viele Bäckereien gibt es wahrscheinlich in Hamburg. Und für die lokalen Suchergebnisse gibt es halt nur, ja, hier sehe ich jetzt sechs Einträge. Wie schaffe ich es nun, nach ganz oben zu kommen? Und wie schaffe ich es sogar mit einem visuellen Anreiz? Also hier bei der Schanzenbäckerei sehe ich sogar eine Sternebewertung. Mit 3,4 ist hier nicht ganz so doll, aber ich glaube instinktiv würde ich als erstes auf die Schanzenbäckerei klicken, weil sie diesen visuellen Anreiz hat. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie es funktioniert, dass Autohaus Kühne irgendwann genau diesen Platz hat. Achtet mal bitte darauf, dass ich hier so stehen habe, eine Google-Bewertung und hier sind zwei Google-Bewertungen. Okay. Das funktioniert nämlich über die Google-Plus-Seiten. Autohaus Kühne ist ja ein lokales Unternehmen, das hat Google schon erkannt und daher finde ich bei Google-Plus unter die Local-Angaben auch die Kühne GmbH und die liegt hier. Die Google-Plus-Seite müsst ihr euch vorstellen, das ist so ähnlich wie eine Facebook-Seite, die aber automatisiert von Google angelegt wurde mit Informationen, die sich Google selbst zusammengesucht hat aus Google Maps, aus Branchenverzeichnissen. Und Google hat diese angelegt und diese wurde nie gepflegt von der Kühne GmbH. Also ich habe hier kein Logo, ich habe hier keine offiziellen Bilder vom Autohaus und ich habe hier auch keine weiterführenden Informationen, keine Leistungen, nichts. Ich habe Infos, Fotos, das ist alles leer. Wenn ich jetzt der Verantwortliche für die Kühne GmbH bin, dann kann ich diese Seite verwalten. Hier unten steht es. Ihr könnt das sogar als Besucher einfach verwalten. Ich klicke rauf und finde dann eine Editor-Maske, in der ich diese Seite bestücken kann mit Logo, mit Unternehmensfotos, mit Unternehmensangaben. Und das sollte ich als ersten Schritt machen, so dass die Google Plus Seite schon mal ansprechend ist. Im zweiten Schritt, wenn ich schon treue Besucher habe über ein Newsletter, über Kunden, mit denen ich vor Ort spreche oder weil ich schon eine Facebook-Seite habe mit 1000 Fans, dann sollte ich eine Strategie entwickeln, diese auf diese Seite zu führen und um einen Erfahrungsbericht zu bitten. Da reicht der zweite Zeiler, der drei Zeiler. Und wenn ich schon bei meiner Facebook-Seite siebsten Kommentare habe, wovon denn 14 positiv waren, dann schreibe ich die doch an und bitte darum, doch auch hier bei Google eine Bewertung zu hinterlassen. Und das wird nicht funktionieren. Nicht alle siebsten werden das machen. Wahrscheinlich wird es gerade mal jeder zehnte machen. Aber mit Facebook und auch mit den Besuchern, die ich auf der Website habe, mit den Abonnenten in meinen Newsletter-Verteiler, habe ich ja schon mal einen schönen Filter. Ich weiß, die Leute sind mir wohl gesonnen. Und so kann ich versuchen, dieses zu aktivieren. Das kann ich auch vor Ort machen, indem ich sage, komm, schreib dir mal einen Erfahrungsbericht. Es gibt mit Sicherheit eine Strategie, wie man das auch hinbekommt, indem man einfach den positiven Service-Gedanken nochmal hochhält und so seine Kunden einbindet, auch diesen transparent zu machen für andere. Und wenn ich das geschafft habe, rücke ich bei den Google-Bewertungen, ich gehe nochmal zurück, nach oben. Also hier habe ich gerade mal eine Bewertung, hier habe ich zwei Bewertungen. Das heißt, dass die Mitbewerber von dem Autohaus Kühne noch gar keinen Vorsprung haben. Das ist wahrscheinlich zufällig, dass die Bewertungen haben, ohne dass die es großartig wissen, ohne dass da eine Strategie hinter steckt. Also wenn jetzt das Autohaus Kühne etwas Gas gibt, dann werden sie ruckzuck oben stehen. Im Grunde mit diesen Google-Plus-Seiten, die meisten Unternehmen haben das. Ich nehme jetzt mal ein anderes Unternehmen, wenn ihr mal darauf achtet, Autohaus Kühne, die befinden sich hier und auf der anderen Straßenseite ist Opel Schlingmann. Gleich gegenüber, auch die haben eine Google-Plus-Seite und die wissen es vermutlich auch nicht. Die Seite ist genauso leer und die können das genauso machen. Also die meisten Unternehmen haben eine Google-Plus-Seite, die lokal tätig sind, die ein lokales Geschäft haben, ohne dass sie es wissen. Und das wäre der erste Schritt. Man sollte diese anfangen, als Unternehmen zu verwalten, hübsch machen und dann zu versuchen, seine Fans, seine Besucher zu aktivieren, eine Bewertung abzugeben. Seid sichtbar, seid besser sichtbar und das Ganze sogar ohne Kosten. Also die Kosten für die Suchmaschinen-Experten kann man sich eigentlich sparen, wenn man buhlt um Besucher, die eigentlich nur regional suchen. Und der Google-Plus-Eintrag, das ist ein effektiver Weg, bei den lokalen Ergebnissen in der Google-Suche wirklich bis nach oben zu kommen. Der nächste Tipp, den ich geben möchte, holt eure Kunden auch da ab, wo sie sonst noch suchen. Und zwar hat das ein bisschen was mit Empfehlungsmarketing zu tun. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was wir auch gerade hatten mit den Google-Ergebnissen. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Das ist Spitzbergen Adventures. Das ist auch ein Kundenprojekt von uns. Wenn man auf Spitzbergen Urlaub machen will, dann klappt das nicht so einfach, dass ich den Tool-Katalog aufmache und mal schaue. Ah, hier, das Angebot gefällt mir sehr gut, vier Sterne und hier habe ich auch noch eine Städtentour dabei. Das buche ich glatt mit diesem Flug. Das funktioniert nicht so. Spitzbergen ist so abgelegen und da gibt es spezialisierte Reiseanbieter. Und einer davon ist unser Kunde und für den machen wir gerade die Website neu. Und der bindet seine Kundenmeinung von TripAdvisor auch auf seine Website ab. Und er hat den Nummer 1 von 11 Reiseanbietern, die etwas zu Spitzbergen anbieten und hat dabei 32 Bewertungen von Reisenden erhalten. Das ist eine ganze Menge und ich möchte auch sagen, wie sein Trick ist. Sein Trick ist, wenn die Leute vor Ort sind, da haben die so einen Eisbären zu stehen, der ist ein bisschen ausgehöhlt und man kann seine Hand so reinstecken in die Kralle des Eisbären. Dann machen die ein professionelles Foto und dieses Foto, das schickt er eine Woche nach Urlaubsende nochmal seinen Kunden zu und sagt, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Urlaub und schöne Erinnerungen. Ambei erhaltet ihr noch das versprochene Foto und wenn ihr so nett seid, könnt ihr auch hier bei TripAdvisor eine Bewertung abgeben. Wir würden uns sehr freuen. Das ist im Grunde sein Trick. Ist nichts Tolles und bei jedem Zehnten klappt das auch. Auch bei TripAdvisor ist es so, ihr hattet 32 Bewertungen. Das ist kein gewaltiger Vorsprung. Die meisten haben auch nur 5 Bewertungen, 10 Bewertungen und wenn man da eine ausgefeilte Strategie reinhängt, dann schafft man es auch dort sehr schnell eine der oberen Ränke zu erhalten. Ich meine, es gehört natürlich dazu, dass man als Anbieter auch sonst einen guten Job macht, dass sich die Leute wohlfühlen, aber man kann es durch eine ausgefeilte Online-Strategie auch befördern, dass man gut bewertet wird. Das ist übrigens die TripAdvisor-Seite. Bitte, TripAdvisor nochmal zum Hintergrund. TripAdvisor wird immer bedeutender, wenn Leute Hotels buchen, Flüge buchen, Ferienunterkünfte suchen an einem bestimmten Reiseziel, dann checken sie vorher nochmal die Bewertung. Ich kann mal hier reingehen. Hier sieht man auch die Hotelbewertung und die Leute suchen das. Es gibt noch andere Seiten, Foursquare zum Beispiel, aber TripAdvisor ist eine der führenden Seiten und dafür könnte man sie fit machen. Auch ist es beispielsweise ganz einfach möglich, wenn ich jetzt eine Pension habe oder ein Hotel, hier in Waren, wenn ich eine Woche vor Fahrt antritt, den Leuten einfach mal einen Download-Link schicke zu einem PDF-Dokument, in dem Waren mit dem beliebtesten Reisezielen vorgestellt wird. Dieses PDF-Dokument, das kriege ich sogar wahrscheinlich bei der Touristik-Info. Warum sollte ich diesen Server sich anbieten? Und dann, eine Woche nach Reiseende, kann ich vielleicht nochmal drei schöne Fotos von Waren mitschicken, aus der Luft aufgenommen, weil ich weiß, viele Reisende machen sich Fotobücher und da so ein Bild aus der Luft, warum nicht? Man schafft damit schöne Erinnerungen nochmal an den Urlaubsort und vielleicht auch schafft man es, dass die Leute ein bisschen dankbar sind und sagen, ach, diese Bewertung, die mache ich doch. Und wenn es jeder Zehnte macht, mache ich das insgesamt 100 Mal, dann habe ich schon 10 Bewertungen, mache ich das 500 Mal, habe ich 50 Bewertungen und stehe auch auf Portalen wie TripAdvisor ganz oben und kann da, ja, schon einen wesentlichen Anteil meiner Kontaktanfragen darüber generieren. Jede Branche hat so ihr eigenes Bewertungsportal, das ist Yameda. Yameda zeichnet 109 Ärzte aus in Waren und auch hier sieht man wieder, der auf Platz 1, das ist Dr. Schnuck, hat gerade mal vier Bewertungen, Platz 2 hat drei Bewertungen, also beides mit 1,0. Man sieht, die werden gewichtet nach der Note und dann kommen die nächsten mit 1,1, vier Bewertungen, drei Bewertungen. Ich denke mir, die Ärzte wissen auch nicht, dass sie hier gelistet sind, ja. Man sieht es, man hat hier auch kein Bild hinterlegt, man sieht auch, wenn man als Arzt vielleicht neu in diese Region kommt, der Vorsprung der anderen Ärzte ist noch gar nicht gegeben. Aber Portale wie Yameda werden tatsächlich genutzt von Leuten, die jetzt nach einem Facharzt beispielsweise suchen. Ich suche jetzt einen Orthopäden, dann gucke ich vorher auf Yameda, welcher ist der Beste, zumindest laut Kundenfeedback, ja. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Dr. Stolz ist ein Oralschirurg aus Neubrandenburg. Das ist auch hier ein Nachbarort. Neubrandenburg hat, glaube ich, so 70.000, 80.000 Einwohner und hat die Note 1 bei einer Bewertung. Aber achtet mal hier drauf auf die Profilaufrufe. Er hat schon über 3.000 Profilaufrufe mit diesem einen Beitrag, mit dieser einen Bewertung erhalten. Das ist eine ganze Menge Holz. Wenn ich jetzt mal nach Dr. Stolz auf Google suche, nach Implantologe Neubrandenburg, dann habe ich hier erst einen anderen, Praxisvorhab, aber die nächsten drei Beiträge sind von Dr. Stolz. Erstmal habe ich seine Website und hier der vierte Beitrag, das ist dieser eine Beitrag von Yameda, wo wir gerade drauf waren. Eine Bewertung. Ich habe jetzt noch Imedo. Hier finde ich sogar 30 Abstimmungsergebnisse und das schaue ich mir mal an. Denn so wie man bei Google Plus die Seiten verwalten kann, hat Dr. Stolz diese Imedo-Seite übernommen für sich, hat gesagt, ich bin der Dr. Stolz, ich möchte diese verwalten. Und so hat er jetzt auch ein Foto von sich dargestellt, sogar eine kleine Galerie. Da sind mehrere Fotos. Er hat seine Leistungen dargestellt, über uns Informationen, eine Terminanfrage etc. Und er hat für sich einen Weg gefunden, seine Patienten zu einer Bewertung zu bewegen. Und über 30 Bewertungen hat er schon. Und damit hat er auf dieser Plattform über 14.000 Profilaufrufe. Und ich kann mir vorstellen, allein über diese Bewertungen auf Imedo und Yameda wird er einen Großteil seiner Integrität aufgebaut haben, zumindest im Online-Bereich, und auch einen Großteil der Kontaktanfragen generieren. Das soweit zu den Ärztebewertungen. Als letztes Beispiel möchte ich Yelp bringen. Yelp ist so, was TripAdvisor für Hotels ist, ist Yelp im Grunde für Restaurants oder generell für lokale Geschäfte. Wenn ich jetzt nach einem Fischrestaurant hier in Waren suche, da finde ich den Club Outermann. 30 Beiträge und 4,5 Sterne. Und der Club Outermann, der hat keine ausgefeilte Online-Strategie, der macht einfach nur guten Fisch. Ich bin da auch Stammkunde, kann man schon so sagen, und es schmeckt wirklich ausgezeichnet. Ich bringe es trotzdem mal, auch wenn sie ganz oben stehen, denn wenn man, ganz egal, ob man ganz oben steht oder irgendwo in der Mitte oder unten, man sollte es nicht den Kunden überlassen, die Produktfotos hochzuladen. Weil, was machen die Kunden? Beim Club Outermann ist es immer so eine heimelige Fischer-Atmosphäre mit gedämpftem Licht. Ja, die ziehen ihr Smartphone, machen bei diesem Licht einfach mal eine Blitzaufnahme und dann sehen die Bilder so aus, wie sie aussehen. Das heißt, wenn ich auf Yelp aktiv werde, dann sollte ich hier oben auch über den Bearbeiten-Button die Seite bearbeiten und dort professionelle Fotos reinbringen, auch von den Gerichten. Es muss nicht so sein, dass man einen Foodstylisten hat, aber eine bessere Ausleuchtung wirkt schon ein kleines Wunder. Und dann kann ich dort meine Informationen, meine Karte etc. transparent machen und so vielleicht auch mit besseren Bildern, mit besseren Infos die Leute bewegen, in mein Restaurant zu kommen. Man muss nicht ganz oben stehen. Also wenn man im Mittelfeld ist, aber da einen guten Auftritt hat, dann schaffe ich es so auch einen höheren Anreiz zu bringen, dass die Leute in mein Restaurant kommen. Okay, auf eine Sache möchte ich jetzt noch hinweisen. Am Anfang habt ihr auch gesehen, dass die Schanzenbäckerei diese Sterne noch hatte und das war so dieser visuelle Anreiz bei den lokalen Google-Ergebnissen. Und ich sage euch, wie diese Sternebewertung auch hinzu kam. Und zwar seht ihr hier doch auch diese Sterne, diese viereinhalb Sterne. Genauso bei dem Dr. Stolz, da gehe ich nochmal hin. Das war hier. Dieser eine Stern von Yameda und diese 30 Sterne von hier. Das muss man auch verstehen. Google führt die Daten von verschiedenen Portalen auch zusammen und listet sie so auf in den Suchergebnissen, wie Google das für den Nutzer am effektivsten hält. Das heißt, es ist gut, wenn ihr Google-Bewertungen habt. Es ist auch gut, wenn ihr Bewertungen in diesen Branchenportalen habt, weil Google wird beides miteinander verknüpfen und in den lokalen Suchergebnissen oder wie hier in den organischen Suchergebnissen transparent machen. Und so erhalte ich auch diesen visuellen Anreiz, der es vielleicht sogar schafft, dass ich nicht bei der Praxis wohlrapp aufklicke, sondern bei ihm oder bei ihm, weil ich hier auch noch diese Sterne habe. Also das ist meine Empfehlung bei den Branchenverzeichnissen. Holt euch eure Seite. So sieht beispielsweise auch eine Seite aus, die noch gar nicht bearbeitet wurde. Autos Schlingmann hatte ich doch vorhin auch kurz gezeigt. Die wurde noch gar nicht bearbeitet. Es wurde nur ein Logo von irgendeinem Kunden hochgeladen. Aber ansonsten sind die Informationen leer. Holt euch also eure Informationen, bereitet sie auf für die Branchenportale. Hier könnt ihr die Geschäftsinfos bearbeiten und packt sie rein. Das auch aus diesem Grund, wenn euer Eintrag beispielsweise leer ist, hier bei Jelp und der Autowerkstatt, dann wird Jelp für die Besucher ausgehen. Kein Problem, dieser Eintrag ist leer, aber die beste Bewertung in diesem Fall ist Brinkmann-Bleimann. Und Brinkmann-Bleimann, der ist auch ganz in der Nähe von Opel Schlingmann, ja? Und die Leute werden halt zu euren Mitbewerbern geführt. Ich möchte euch jetzt nochmal was zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier nach Warenmüritz suche, Warenmüritz, okay, und das sind diese gesamten Filter, wo ich Bewertung haben kann. Und ich gehe jetzt mal rein, Auto-Motorrad und das ist Brinkmann-Bleimann, den ich gerade gesehen habe, und das Autowerkstatt, wo wir gerade drauf waren, ja? Das sind die Daten hier. Der Nutzer hat hier das Bild hochgeladen, ansonsten fehlt hier alles. Und ich habe hier diesen Verweis gleich zur Konkurrenz. Ich klicke mal rauf. Auch noch eine Besonderheit. Hier ist der Kundenbeitrag. Und die Besonderheit ist, dass hier die Daten irgendwie entweder falsch zusammengeführt wurden von Yelp oder falsch von dem, der diesen Eintrag hier hinterlassen hat, eingetragen wurde. Weil als Website ist hier Auto-Berend verzeichnet. Und Auto-Berend ist nicht Brinkmann-Bleimann. Brinkmann-Bleimann ist ein Mercedes-Auto-Haus hier in Warenmüritz. Auto-Berend ist Ford. Und Ford steht auch gleich neben Brinkmann-Bleimann. Also das ist ganz verrückt bei uns. Konzentrieren sich die Autohäuser alle hier im Gewerbegebiet Ost. Aber das ist auch noch so eine Sache. Nutzer können eure Daten bearbeiten und können auch solche falschen Querverweise einbringen. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Ob es Auto-Berend war, ob es der Nutzer war oder ob einfach Auto-Berend irgendwo in einem Branchen verzeichnet, falls schon Brinkmann-Bleimann zugeordnet war und von Yelp so entsprechend aufbereitet wurde. Aber das ist auch so eine Sache. Bezieht euch eure Beiträge, bearbeitet ihr diese und als letzten Schritt müsst ihr es einfach schaffen, eure Fans, eure Kunden zu aktivieren, um auch in diesen Branchenportalen eine Bewertung für euch abzugeben, damit ihr dort oben steht. Weil es hängt alles mit allen zusammen. Seid ihr dort gut gelistet, bewertet das Google auch gut und ihr seid schon wieder besser gelistet in den lokalen Google-Suchergebnissen. Das zum Empfehlungsmarketing. Jetzt komme ich zu meinem vorletzten Punkt und der heißt ganz einfach, seid ein attraktiver Arbeitgeber. Das sind ja im Selbstverständnis der Geschäftsführer alle Arbeitgeber, aber damit man nicht viel eher macht es auch transparent, dass ihr ein attraktiver Arbeitgeber seid. Ich habe hier mal ein Beispiel von Kununu. Kununu ist die führende Arbeitgeberbewertungsplattform in Deutschland und mein Beispiel ist Hauke Runge, Sanitär GmbH aus Neustrelis. Neustrelis ist auch ein Nachbarort von uns, gar nicht weit entfernt. Und Hauke Runge hat drei Erfahrungsberichte und diese sind einfach denkbar schlecht. Also Mitarbeiter sagen es genügend 1,26 von 5 Bewertungssternen. Das Problem dabei ist, dass ich über 3000 Aufrufe auf diesen einen Beitrag schon hatte und Kununu wird wirklich nur von Leuten aufgesucht, die einen Job suchen, die eine Ausbildung aufnehmen wollen oder die sich vielleicht in ihrer aktuellen Jobsituation verändern wollen und nach anderen potenziellen Arbeitgebern Ausschau halten. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, ein weiteres Beispiel. Vor einem Jahr habe ich bei den Mecklenmoor Backstum einen Vortrag gehalten. Das ist ein Mittelständler hier in Warn, eine Bäckerei mit ich glaube 500, 600 Mitarbeitern, 64 Jahren oder 74 Jahren und man sieht, Kununu sah damals noch ein bisschen anders aus, also vor einem Jahr. Die hatten mittlerweile ein Facelifting, aber auch dort habe ich auf diesen Umstand hingewiesen. Ich sage, ihr habt drei Erfahrungsberichte, diese sind auch nicht so prall. Das Problem ist halt, ihr habt 1300 Aufrufe auf diesem Beitrag und jedes Jahr suchen die Mecklenmoor Backstum wie auch andere Großbäckereien Zaire hier Auszubildende und ich glaube, der Bedarf an Fachkräften, der wird auch eher zunehmen und daher ist es gut, wenn sich Unternehmen auch dort fit machen, wo potenzielle Arbeitnehmer die Arbeitgeber checken einfach, wo sie gucken, passt diese Firma, passt die nicht. Jetzt ist ein Jahr vergangen und wenn ich jetzt mal, vielleicht kann es auch mal direkt zeigen in Kununu, ja, wenn ich jetzt mal nach den Mecklenburger Backstum suche, ja, dann habe ich, ich muss mal diesen Beitrag etwas höher ziehen, dann habe ich hier drei Einträge, normalerweise werden diese zusammengeführt in einem Beitrag, aber die Bewerter haben wahrscheinlich diese als neue Firma angelegt, dann habe ich jetzt hier von diesen ehemals drei Beiträgen, die vorher 1300 Aufrufe haben, jetzt haben sie schon knapp 1700, habe ich jetzt insgesamt sieben Beiträge und vier positive sind hinzugekommen, die drei negativen sind geblieben, wenn ich jetzt als potenzieller Arbeitnehmer komme und dieses Unternehmen check, ob es passt, ob ich mich da bewerben möchte, dann sage ich mir, ja, das ist wahrscheinlich die gesunde Mischung, das ist der Querschnitt an Mitarbeiterbewertungen, ich habe immer welche, die nachtreten, die halt unzufrieden gegangen sind, ich habe immer ein paar unzufriedene, ein paar Quirulanten, aber ich habe auch positive Nachrichten, das ist ja so wie bei Amazon, wenn ihr bei Amazon irgendwas bestellt, ich sage mir jetzt einfach ein Kameraobjektiv und ihr habt dort 20 Bewertungen, davon sind drei schlecht, die anderen sind alle gut, dann sagt ihr, okay, es passt, ich kann es mir noch kaufen, es sind aber nur drei schlechte da, dann kauft kein Mensch dieses Kameraobjektiv, ja, und so ähnlich funktioniert es auch, diese Mitarbeiterbewertungen, sind in keinem Fall repräsentativ, aber sie sind doch ein Anreiz für Leute, sich bei Unternehmen zu bewerben oder es einfach zu unterlassen, es sind also im Grunde Verhinderer, wenn ich schlechte Bewertungen habe und ich kann einen Anreiz schaffen, dass ich mehr Bewerbungen bekomme, wenn ich einfach auch auf Portale wie Kununu mein Profil geschärft habe und wenn ich es geschafft habe, dass meine Mitarbeiter mein Unternehmen positiv bewertet haben. Wie schaffe ich denn das nun? Ich möchte dazu auch mal zwei, ja, Empfehlungen, zwei Tipps geben und zwar hat der erste Tipp etwas mit Timing zu tun. Immer dann, wenn ich einem Mitarbeiter etwas Positives getan habe, das heißt, wenn ich einen befristeten Arbeitsvertrag in einen unbefristeten umgewandelt habe, wenn ich jemandem eine Lohnerhöhung gegeben habe, wenn jemand die Probezeit geschafft hat, dann sollte ich ihn in meinem Büro bitten und mir ein mündliches Feedback von ihm holen. Ich würde fragen, Herr Meier, wie findet ihr es bei uns? Gefällt Ihnen das? Wie ist das kollegiale Miteinander? Erzählen Sie mal. Ich habe Ihnen ja gerade was Gutes getan, also würde Herr Meier wahrscheinlich sagen, mir gefällt es sehr super, die Kollegen sind super, die Arbeitsinhalte gefallen mir, es ist einfach ein tolles Unternehmen. Und genau dann sagen Sie, Herr Meier, Ihr Feedback, das freut mich sehr, es bewegt mich sogar, seien Sie doch bitte so gut und machen das auch transparent auf kununo.de. Damit würden Sie mir wirklich eine sehr große Freude bereiten. Ja, der Mitarbeiter, der kommt gar nicht mehr so richtig raus aus dieser Nummer. Und ich denke mal, mindestens jeder Zweite würde nach so einer Aktion auch dort eine Bewertung hinterlassen. Und wenn nicht, kann man immer noch mal nachfragen, nochmal, Herr Meier, nach zwei Wochen waren Sie schon mal auf kununo, haben Sie das angeschaut und so. Und spätestens dann wird Herr Meier auch in Zugzwang kommen. Die zweite Empfehlung hat auch so ein bisschen was mit Timing zu tun und zwar gerade jetzt zu dieser Zeit im September war ja Ausbildungsstart, auch wir haben einen Auszubildenden bei uns aufgenommen im Team. Und ich könnte als Unternehmen mit meiner Belegschaft reden und sagen, Leute, wir wollten eigentlich acht Azubis einstellen, drei sind es geworden. Es wird für uns schwieriger, die richtigen Auszubildenden zu finden, die guten Auszubildenden zu finden, die wir haben wollen, die unser Team bereichern. Ich denke mir, aber jeder kann von uns hier im Team seinen Beitrag leisten, dass wir als attraktiver Arbeitgeber auch entsprechend wahrgenommen wurden. Gerade dort, wo auch die guten Azubis, die guten Schüler, die wir haben wollen, nach uns checken. Es reicht einfach nicht mal in der Tageszeitung eine Stellenanzeige aufzugeben. Man sollte sich auch fit machen auf Plattformen wie Kununu, weil die guten Leute, die werden dort auch mal gucken, bevor sie sich irgendwo bewerben und vielleicht drei Jahre ihrer Lebenszeit einfach so verschwenden. Ja, das als Tipp, so Kununu, seid ein attraktiver Arbeitgeber und macht dieses auch transparent bei Kununu.de. Jetzt komme ich zum letzten Tipp für Unternehmen, die im lokalen Bereich arbeiten und zwar geht es diesmal um nachweisbare Zahlen bei Werbebuchungen. Das kennt wahrscheinlich jeder in der regionalen Zeitung, in der Tageszeitung sind Anzeigen, Stellenanzeigen, Produktanzeigen, Eventanzeigen etc. von den lokalen Unternehmen. Mein Tipp ist es oder meine Empfehlung messt auch euren Erfolg dabei. Am 12.09. war bei uns in der regionalen Tageszeitung im Nordkorea folgender Beitrag zu lesen. Da ging es um die Nordkorea, die hatten auch ich glaube vor einem Jahr eine Relange und haben mal so ein bisschen Einblick gegeben in die Website, wie es so läuft und haben auch Einblick gegeben in deren Statistik und sie haben, hier unten steht es, geschrieben rund eine Million Besucher surfen jeden Monat auf nordkorea.de und klicken dabei rund drei Millionen Mal auf Artikel. Da dachte ich, das ist eine ganze Menge Holz. Und es gibt Online-Tools wie beispielsweise so, ich ziehe es mal hier wieder rein. Jetzt habe ich es drin. Es gibt Online-Tools wie beispielsweise SimilarWeb. Die nutzen wir eigentlich eher, um unsere Mitbewerber so ein bisschen im Auge zu behalten, wie sind sie online aufgestellt. Aber ich kann da sehr gut auch den Traffic einer Website mir anschauen lassen. Und wenn ich jetzt mal Nordkorea einfach eingebe, das sind aber, das muss ich im Vorfeld sagen, das sind Schätzwerte, die aufgrund verschiedener Parameter berechnet werden. Also es sind keine genauen Angaben, es sind unscharfe Angaben und die Unschärfe, die kann durchaus schon mal 10, 15 Prozent ergeben. Aber SimilarWeb gibt für den Nordkorea 270.000 Besucher auf, also geschätzte Besucher. Ich sage nicht, der Nordkorea hat gelogen, aber es gibt durchaus eine Diskrepanz zwischen der Angabe von SimilarWeb und der Angabe von einer Million Besucher. SimilarWeb, das sind Schätzwerte, wie gesagt, diese Werte basieren auf verschiedene Parameter, auf verschiedene Auswertungen von Browser-Plugins, von Erfahrungswerten, etc. Aber diese Diskrepanz wäre für mich ein Anlass, wenn das nächste Mal eine Werbe, das war nochmal der Screenshot, dass du, wenn das nächste Mal eine Werbevermarkter vom Nordkorea bei mir an der Tür klopft, zu sagen, hey Leute, klar, wir haben immer Interesse, aber es zeigt mir erstmal einen Google Analytics Auszug, also einen Auszug aus eurem Statistik-Tool wo ich dann wirklich die nachweisbaren Zahlen von eurer Website habe, bevor ich hier einen Monat eine Werbebuchung beauftrage. Wenn dort auf einmal rauskommen sollte, dass die Zahlen vielleicht doch nicht eine Million entsprechen, damit meine ich jetzt nicht die Nordkorea, sondern ganz allgemein, dann habt ihr immer noch den Spielraum für ein bisschen Rabatte. Da könnt ihr um Rabatte feilschen, ja. Aber seid halt vorsichtig mit Zahlen, die angegeben werden, ohne dass ihr tatsächliche Statistikauszüge seht, also das ist mein Tipp Nummer 1, lasst euch nachweisbare Zahlen zeigen, Tipp Nummer 2 ist, messt dabei auch euren Erfolg. Wenn ihr jetzt beispielsweise eine Stellenanzeige veröffentlicht, in euren beiden regionalen Tageszeitungen, die ihr habt, ich sag mir jetzt Nordkorea und die Ostsee-Zeitung und auf Wiesent-Müritzer, auf diesem hyperlokalen Portal, dann könnt ihr es so machen, dass ihr euch von eurem Webadministrator drei E-Mail-Adressen einrichten lasst. Eine heißt bewerbung-at-meinefirma.de, die zweite heißt jobs-at-meinefirma.de und die dritte heißt stellen-at. Und bei jeder Anzeige verwendet ihr eine andere E-Mail-Adresse. So könnt ihr den Erfolg im Print-Bereich jedenfalls schon mal messen. Wo kommt am meisten rein? Vor welcher E-Mail-Adresse melden sich die Leute am meisten? Und so habt ihr auch wieder einen Anhaltspunkt, wo ist es denn effektiv zu werben und wo verpulvert ihr das Geld einfach? Das gleiche könnt ihr machen, wenn ihr Gutscheincodes ausgebt. Individualisiert diese, gebt individuelle Gutscheincodes für verschiedene Medien aus, um so zu messen, wo habt ihr am meisten Erfolg. Und im Online-Bereich wäre es sogar so weit, dass man sagt, wenn man jetzt einen Monat eine Werbeanzeige gebucht hat oder zwei Monate, lasst euch das Recht einräumen, diese Werbeanzeigen zu wechseln und wenn ihr nach einer Woche oder nach zwei Wochen merkt, dass die Klickrate nicht so ist, wie erwartet, dann variiert den Werbebanner, nehmt ein anderes Motiv, packt eine Handlungsaufforderung rein oder eine andere Handlungsaufforderung, so dass ihr die Klickrate erhöht und so wieder einen erhöhenen Erfolg einfahrt. Das so als Abschlusstipp, messt euren Erfolg, damit ihr euren Einsatz auch effektiv ausgestaltet. Das war es jetzt zu meinem Vortrag zu Social Media, der hatte nicht viel mit Twitter und Facebook zu tun, sondern eher mit Sachen, wo ich meine, wenn ihr das einmal anpackt, dann werdet ihr langfristig dort einen höheren Erfolg erfahren, weil bei Facebook, bei Twitter, das ist immer so, da müsst ihr permanent am Ball bleiben, permanent eure Fans unterhalten, bespaßen und auch in Interaktion treten. Wenn ihr einmal grühe Bewertungen eingefahren habt, einmal ordentliche Bewertungen in Empfehlungsplattformen bei Kununu, da habt ihr einmal eine große Anstrengung über eine längere Periode, aber dann könnt ihr mehrere Jahre davon zehren. Anders als bei Facebook, wenn ihr heute aufhört, Beiträge zu posten, dann wird schon morgen eure Kurve der Besucher ganz stark abflachen, die über Facebook beispielsweise auf eure Website kommen. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr konntet einiges mitnehmen. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg mit euren Unternehmen, auch bei den sozialen Netzwerken.